Mahlzeit, herzlich willkommen bei einem Riot Review Videomagazin und dem kurzen Update. Einige wissen es schon, andere haben es eventuell aus den Kommentaren gelesen, andere haben sich gefragt, was geht ab auf diesen Kanal. In letzter Zeit sind ja eigentlich überwiegend nur On-Rides gekommen. Das liegt daran, dass wir gerade über eine Woche unterwegs waren, anderthalb Wochen, ich glaube anderthalb Wochen. Und davon haben wir eine Woche in Italien verbracht und haben drei Parks in Italien besucht. Die Videos folgen ab morgen oder heute, je nachdem, also Montag ab 18 Uhr, kommt das erste Video. Ich sage nur, und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir hatten erst drei Tage, vier Tage, waren wir in Ostdeutschland unterwegs, in Dresden, haben da eine Kirmes besucht und waren noch in Tschechien drüben. Und auf dem Weg von Tschechien nach Italien ist Höhe Zwickau, der Turbolader von meinem Auto, hat es verabschiedet. Der ADAC schleppt die Karriere jetzt hier zu uns nach Hause, innerhalb von sieben bis zehn Tagen, wer weiß wann das Auto hier ankommt. Wir haben für sieben Tage ein Leihwagen bekommen, deswegen mussten wir quasi die Hälfte der Tour absagen und stornieren. Und es konnten nur noch in Italien einen Teil machen, der geplant war. Es waren noch Luna Parks geplant, die sind ausgefallen. Es waren zwei Parks in Frankreich geplant, die sind ausgefallen. Und noch eine Kirmes in Frankreich, die ist natürlich auch ausgefallen. Aber die drei Parks Garaland, Moviland und Mirabilandia sind am Start. Wie ihr seht, ist ja das ganze Gepäck noch irgendwie rumliegen, falls ihr das seht, wenn nicht Pech. So, jetzt wisst ihr Bescheid, warum wir in letzter Zeit nur so Onrides gekommen sind. Jetzt geht es wieder richtig rund hier auf dem Kanal. Freut euch auf viele Reviews, Parkchecks, neue Onrides, neue Parks, neue Eindrücke. Es wird auch ein Tour-Blog-Video folgen. Und ja, ich glaube ich habe alles gesagt, oder? Habe ich alles gesagt? Ich habe alles gesagt. Ihr seid die Coolsten, ich bin raus, euer Bro bis zum nächsten Mal. Grüß. Grüß.